Herzlich Willkommen zurück zu Phoenix Point mit Ereso. Ich bin Ereso und täglich grüßt diese Mission hier. Mal sehen, wie wir hier noch rauskommen. Ich meine, wir könnten hier versuchen, das Raven direkt zu zerschießen, ne? Die Chance ist gar nicht so schlecht. So. Ja, wo der jetzt hin ist, ist natürlich nicht klar. Aber, dass wir ein Stück weggehen sollten, ist klar. So, mit Kuro könnten wir schon mal direkt abhauen, würde ich sagen. So. Hat mir ein bisschen zu viel abbekommen bisher. Du gehst mal hier hin und wenn was auftauchen sollte direkt vor dir, schießt er drauf. Dargo darf gerade nichts machen, was ungünstig ist. Und, weiter geht's. Okay, der läuft woanders hin. Der Tyrann macht mir jetzt aber noch Sorgen. Achso, der will einfach weggehen. Der will nicht in den Nahkampf gehen. Wo ist der Tyrann? Ich meine, er hat hier gestartet ungefähr. Das war vor zwei oder drei Runden. Das heißt, er sollte eine Runde ungefähr hier, dann hier. Eigentlich sollte der schon irgendwo hier sein. So, Dargo, kommst du raus? Das ist eigentlich das sicherste, was du machen konntest. Nicht wirklich gefährlich. Okay, wir sind tatsächlich raus. Ich hätte das in der letzten Folge noch unterbringen können. Kann ja keiner ahnen. Ich ging davon aus, dass der Tyrann noch Probleme machen würde. Und der Triton. Gut, wir sind gerettet. Jey, Beutezug abgeschlossen. Ja. Igelett. Ist der falsch geschrieben? Oder ist das ein Wort, das ich nicht kenne? Ich ging bisher von Igel, also von Adler aus, aber... Ah. Na ja, Stufe Vierer, ja. Ja, aber keiner, der wirklich mitgearbeitet hatte vorher. 36, wahrscheinlich war er auf einer Mission. Hm. Ich meine, schön ist es nicht. Allerdings von den Leuten waren er und Gui wahrscheinlich diejenigen, die am entbehrlichsten hier waren. Ich meine, Wolf Theorie... Nee, eigentlich Wolf ist zwar ein Level niedriger, aber hat schon die Modifikation und ist kurz vorm Aufstieg, um tatsächlich Punkte zu kriegen, die man benutzen kann. Also wahrscheinlich nicht schlecht, dass der gestorben ist, wenn jemand sterben musste. So, wir bekommen insgesamt nur 200, äh, ja, 200 Tech, 700 Materialien. Das finde ich merkwürdig. Ja, hier haben wir das ganze Zeug, das wir eingesammelt haben. Teil der Technologie müssen wir direkt zum Neubasteln verbrauchen. Und ihr solltet euch mal erholen gehen. Äh, ja, dort ist eine Krankenstation, wunderbar. Dann haben wir hier noch ein Level auf. Da go. Du könntest eine neue Klasse erlernen, ich weiß nicht, wie sinnvoll das wäre. Technikertraining noch? Nein, das ergibt nie wirklich viel Sinn. Infiltrator wäre noch sinnloser, also... Nee, ich denke, das lassen wir. Und du bekommst stattdessen noch ein bisschen Stärke, ein bisschen Willenskraft... Und einmal zusätzlich Geschwindigkeit. Okay. So, den anderen Teams geht es soweit gut, Fragezeichen. Sieht fast so aus. Ich muss noch kurz mal zurückgehen. Die Tiamat. Ich möchte mich umgucken, ob wir hier irgendwo direkt Ersatz bekommen. Stufe 1er ist nicht unbedingt, was ich gerne hätte. Stufe 2er. Wie sieht es mit dem Techniker hier aus? Auf Stufe 2. Da hatten wir einen Priester, der... Stufe 3. Ich will bitte eine vernünftige Truppe bekommen. Stufe 2. Die Auswahl ist nicht sonderlich groß, ne? Stufe 2. Bloodrain war der Name eben, ne? Das ist ein Spiel, habe ich nie gespielt. Ich glaube, das ist ein Spiel, oder? Mit einer Dampir, also einer Halbvampirin. Okay, wir holen uns den Techniker. Mir wurde kürzlich gesagt, dass die auf dem Feld später sogar... Ähm... Sogar Delietmaßen wieder reparieren können und das wäre durchaus nützlich. Ein Chiron-Ningal. Eine Chiron-Variation, die in der Lage ist, Kapseln mit organischem Schleim auszustoßen. Und so die Bewegung in großen Geländebereichen zu verhindern. Das Exemplar ist auch in der Lage, Soldaten in seiner Umgebung zu stören, indem es mit seinen massiven Beinen auf den Boden stampft. Nervig. Also wir haben den Schockstampfangriff und wir haben den Schleimhinterleib. Also der stört die ganze Zeit, aber wenigstens tötet er nicht. Sküler-Tyrann. Bewaffnete Sküler-Exemplar, das mit seinen integrierten Gewehren großen Schaden anrichten kann. Verfügt zwar nicht über gute Nahkampffähigkeiten, ist aber in der Lage, mit seinen Schreien akustischen Schaden anzurichten. Nebel und Mindfläger können aus ihrem Unterleib steigen, selbst nachdem die Kreatur getötet wurde. Oh ja. Ausbruchfähigkeit. Nervig. Die Crew der Manticore wurde geheilt. Das ist... Das ist gut. Zerfetzungstechnologie-Entwicklung. Diese Technologie zum Rüstungszerfetzen funktioniert so ähnlich wie eine Säure. Sie löst die Schichten einer Rüstung auf, basiert aber eigentlich auf mikrobiell verursachter Korrosion. Dieser Effekt wird durch einen Cocktail aus Chemotropen und Bakterien erzeugt, die in jeder Kugel enthalten sind und die beim Aufprall freigesetzt werden. Diese Technologie wird in unserer besten Angriffswaffe eingesetzt. Peiniger. Die Jünger der Anu... Äh, Jünger von Anu, die Zerfetzer, Schrottflinte. Schrottflinte, Entschuldigung. 35 Schaden, 8 Zerfetzen. Äh. Das soll so gut sein. Das hier ist jetzt unsere letzte Forschung, die wir machen können und danach haben wir nichts mehr. Wo? Haben wir da jemanden in der Nähe? Einigermaßen in der Nähe. Gar nicht in der Nähe. Gar nicht in der Nähe. Okay, wir gehen mit denen, die einigermaßen in der Nähe sind. Ich bezweifle, dass wir rechtzeitig kommen, aber... So, Soldat rekrutieren. Sehr gut. Und haben wir hier auch ein Trainingszentrum. Ja, sehr gut. Mindvölker, Vivisektion. Schaden, der Mindvölker nicht zugefügt wird, wird um 10% erhöht. Das ist toll. Die waren nämlich immer sehr schwierig klein zu kriegen. Zusammenfassung. Sobald sich ein Mindvölker mit dem Kopf seines Opfers verbindet, injiziert er virale Mischungen in dessen Blutkreislauf und das Opfer verliert Kontrolle über sein Bewusstsein. Dann bohrt es eine Art Nadelranken in seinen Hirnstamm, damit dieser direkt auf seine Befehle reagiert. In Gegenden, in denen sich diese Kreatur aufhalten könnten, wird die Nutzung eines Transportfahrzeugs empfohlen. Intelligenzminimal ist dabei ein effektiver Jäger. Gegenmaßnahmen, unsere Verhaltenstests an lebenden Exemplaren haben unsere Soldaten Möglichkeiten zur Bekämpfung dieser Mutation im Feld aufgezeigt. Gut, erst einmal, die Intelligenz ist minimal. Trotzdem verhalten sich die Soldaten ziemlich normal, wenn sie übernommen werden. Bloß, dass ihre Feinde sich dann ändern. Also, wenn der Befehle gibt, ich hätte das anders formuliert, gesagt, dass die keine Befehle geben, sondern einfach nur das Bewusstsein, wer Freund und wer Feind ist, stören. Natürlich in besserer Form, aber ich formuliere ja auch gerade keinen Text. Ich brainstorme. Und die Nadelranken, die in den Hirnstamm gebohrt werden. Und trotzdem kann man sie ganz einfach entfernen, indem man raufhaut oder sie runterschießt. Also, das ist erstaunlich. Die Thunderbird ist unterwegs. Die Manticore braucht einen Job. Oh, Moment mal, ihr könnt hier hin. Okay, dann kann die Thunderbird doch wieder zurück. Gut, ihr solltet euch erholen. Ihr solltet euch auch gerade erholen. Wo? Okay, das ist... Oh, tatsächlich in Reichweite einer Tiamat. Das haben wir selten, weil die Reichweite der Tiamat nicht so groß... Ich meine, die Reichweite ist groß, aber... Die Reichweite im Sinne von Verteidigungsreichweite, dadurch, dass wir so verdammt langsam sind. Zabala. Ich bezweifle, dass wir da rechtzeitig ankommen, aber wir schicken trotzdem Leute los. Gut, wir sind in Fort Lock rechtzeitig angekommen, das ist gut. Gefahrenstufe auch nur hoch, nicht extrem, das ist auch schön. Wir haben nicht sonderlich viele Leute bei, was nicht so schön ist. Aber werden wir wohl klarkommen müssen mit. Gut, du hast eine Hulu-Granate, das ist nicht schlecht. Für den Fall, dass wir einer Sküler begegnen. Der Skarab ist da, auch gut für die Sküler. Boomer, okay. Ich bin nicht sicher, was wirklich besser ist. Das Virophagen-Gewehr oder das Panzerbrechende. Ich nehme mal hier beides mit. So. Das hier packen wir weg. So, machen wir das so. Oder? Ist das sinnvoll? Ja, ich meine, wenn was näher rankommt, dann sehen wir das ja. Hoffe ich. Okay, das war das und du bekommst noch ein Virophagen-Gewehr. Bekommst sogar noch Munition. Oh, unsere Technologie ist wieder sehr, sehr niedrig. Wie kommt das? Das hier sind nur 10 Tech. Was habe ich gerade alles in Auftrag gegeben? Eigentlich nicht sonderlich vier, oder? Achso, ich habe, mh, klar, ich habe Ersatzleute gekauft. Das kostet natürlich eine Menge. Gut, alles in Ordnung. Und los geht's. Und wir sind im Anflug und wir sind da. Okay, wir haben einen Chiron. Aber nicht direkt im Visier. Wieso nicht? Achso, weil Zeug im Weg steht. Okay, du läufst mal hier hoch. Da hast du zum einen eine bessere Position und wir bekommen einen Techniker. Und wir haben eine Skula gefunden. Was für eine? 10er Goss sagt mir leider noch überhaupt nichts. Kann Nebel erzeugen, Wutrausch, Mindvölker, Monstersprung und hat viele Klauen. Okay. Vor allen Dingen ist er aber angreifbar, ne? Wir sollten ein kleines Stück fahren, damit wir sie besser ins Visier bekommen. Der Scharfschütze hier hinten tut mir etwas leid. Denn ich denke nicht, dass der lebend aus dieser Mission rauskommen wird. Verdammt. Ja, das war kein sonderlich guter Treffer. Die Nebel drum, ne? Ja, okay. Jetzt gehst du mal hier hin. Ab dem nächsten Zug kannst du dann von dort auch angreifen. Du gehst nach vorne. Vielleicht können wir ja den Scharfschützen noch retten, indem wir übernehmen. Wahrscheinlich eher nicht. So, und... So. Warum läufst du da hin? Okay, 120 Schaden. Offenbar haben wir da wirklich gut Rüstung weggemacht schon. Oh, sie springt. Das hat ihr Novenskraftpunkte genommen. Das ist also gut. Aber... Ja. Den retten wir nicht mehr. Und da kommt noch ein Mindvölker. Arthron-Tyrann, der uns in die Flanke fallen möchte, wie es aussieht. Der hat eine Schrottflinte. Und sein Zug ist vorbei. Was seltsam ist, weil der auch hier hätte hinschießen können, ne? Ich hoffe, das ist nicht das Einzige, das dort zu beschützen gilt, denn... Da reinzukommen, ist unsicher. Okay, fangen wir hier oben an. Schießen wir auf den fruchtbaren Hinterleib? Könnten wir machen. Hat kaum noch Rüstung. Wir sollten auf jeden Fall erst einmal den Schuss abgeben, um noch mehr Rüstung zu entfernen. Außerdem könnten wir damit den Mindvölker hier direkt erwischen. Das wäre natürlich auch noch angenehm. Okay, du gehst mal... ...hier hin, würde ich sagen. Okay, wo? Da. Da. Äh, da müssten wir auf die Schlüsse-Einrichtung schießen, was ich nicht unbedingt tun möchte. So, der Techniker. Darf erst einmal... Ja, was darf er denn? Okay, ich geh hier hin, so. Dann kann ich nämlich das Geschütz aufstellen. Und trotzdem noch versuchen, den zu erschießen. Sehr gut. Der Eskarab macht nichts weiter. Hm, hm, hm. Auf den Panzer will ich nicht schießen. Ich schieße auf den fruchtbaren Hinterleib. Ich meine, ganz angenehm wäre es natürlich, wenn wir sie betäuben könnten. Und da der fruchtbare Hinterleib keine Panzerung mehr hat. Die Frage ist, zählt das als Waffe? Ich denke nicht. Wenn es als Waffe zählen würde, dann... ...könnten wir da ja keine Betäubung mit auslösen. Nee, okay. Funktioniert. Wir werden sehr viele Schüsse brauchen dafür, aber... ...verdammt nochmal. Uh, Bale ist in der Nähe da. Yeah. Okay. Ich lasse den Eskarab ein klein bisschen nach hinten fahren. Gut, das war das. Oh, oh, sie kommt näher. Oh, verdammt. Das ist jetzt ein großes Problem. Oh, das ist ein Säurewurm. Ich hielt das für Giftwürmer. Das ist auch nicht sonderlich gut. Ja, verdammt. Wenn der jetzt trotzdem noch schießen kann. Okay. Mach da nicht. Das hätte sehr, sehr unpraktisch werden können. Da kommen mehr Säurewürmer. Wie gemein. Nicht unbedingt das richtige Ziel, aber das ist in Ordnung, denke ich. Geistbruch könnten wir ein bisschen was anrichten, denke ich. Besonders, wenn wir hier hingehen, damit wir noch die Würmer erwischen. Hm. Ja, okay. Wir machen das so hier. Du gehst mal bitte hier rein. Und schießt auf deinen Freund. Sehr gut. So, wieder. Moment mal. Ich sollte auf jeden Fall mal nachgucken. Wir haben hier noch zwölf weitere Schuss. Ein Schuss bringt... Wie viel doch? Ich glaube, 17. 17 mal 12 würde auf jeden Fall ausreichen, ne? Allerdings dauert es eben. Das würde noch überhaupt nicht ausreichen. Wir haben hier die 170, äh, 170, die wir hier mitkriegen. Ja, insgesamt reicht es aus. Das Einzelne überhaupt nicht. Oh, da sind nur 16. Oh, verdammt. Das war nicht, was ich wollte. Hm, ich habe mich verklickt. Okay, dann fahr mal bitte hierhin. Du läufst bitte. Und zwar... So schnell du kannst... Was nicht sonderlich schnell ist, weil du nicht sprinten kannst. Das ist doof. Okay, du gehst hierhin. Da sollte dich theoretisch keine Sirene erwischen. Äh, keine... Sküle erwischen. Ja, das ist ein großes Problem. Gar nicht gut. Okay, die machen da unten das Gerät noch kaputt. Ja, ich weiß nicht, wie ich das da retten sollte. Ich denke nicht, dass ich wirklich eine Chance habe, das zu retten. Der Chiron ist zum Glück absolut nutzlos gegen mich gerade. Wenn er da oben irgendwann mal einen Säurewurm hingeschossen bekommt, dann kann ich ihn ja einfach wegmachen, aber der Tyrann ist natürlich nervig. Okay, er hat noch ein bisschen Rüstung weggemacht. Das kann gut sein. Aber ich kann da drin eben nicht... Äh, ich kann da nicht rein, um das Zeug zu retten. Das ist ein Problem. Verdammt, der kann immer noch zurückschießen. Hier ziehe ich mich jetzt gerade einfach nur zurück, weil ich, wenn die Sküler kommt, um raufzuhauen, keine Chance mehr habe. Moment, warum kannst du nichts machen? Warst du in Panik? Nein. Hast du in dem Zug schon was gemacht? Okay, Wutrausch ist in Ordnung. Oh, wäre jetzt so witzig, wenn der die Sküler trifft. Ne, macht er nicht. Nur einen anderen Säurewurm. Ja, die wollen das Ding wirklich kaputt kriegen. Wenn die Mission gescheitert ist, ist es dann eben die Frage, ob ich die Sküler mitnehmen darf, wenn ich sie betäubt habe. Den Robygos muss ich im Prinzip nur aushalten. Soweit er keine Munition mehr hat, haut er ab. Okay, der geht auf Überwachung, das ist in Ordnung. Der Mind-Tracker kann nichts tun. Das wäre wesentlich schlimmer, wenn die eine Chance hätten, die Sküler damit down zu kriegen, aber haben sie nicht wirklich. Okay. Buchen wir mal. Ready to engage. Immer schön weiter darauf schießen. Und der Mind-Tracker ist zwar hier gerade keine Bedrohung, aber insgesamt schon. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir dem ein bisschen was antun können. Oh, der lebt ja noch. Ah, doch nicht. Und keine Munition mehr, das heißt, der Sküler kann im nächsten Zug abhauen. Okay, danke. Okay. Da ist es jetzt ganz nett, dass er näher rangekommen ist. Dadurch kann ich die Dämmung hier zumindest reinpumpen. Und das ist recht viel. Ist das gerade immer mehr geworden mit jedem Schuss? Keine Munition mehr damit, das ist doof. Ja, wir haben auch nichts weiter. Okay, dann muss Ritsu jetzt für die Deckung sorgen. Ja, jetzt hat er wirklich genug davon gehabt. Ja, sehr gut. Lieber auf den Skarab schießen als auf die Einrichtung. Vielleicht können wir sie dann noch retten. Ich glaube, hier drin ist noch ein Arthron, bin ich sicher. Nach der Runde der Pandorana machen wir auf jeden Fall mal den Cut. So, okay, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl hinter das Kommentare und Adios. Bis dahin, lebt wohl hinter das Christina Dieancen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin, lebt hin.